Was meinst du? Ah ne du hast keine Sex, dass du nicht gemacht ne? Exoplasma. Was habe ich damit gemacht? Sex nicht. Okay, du redest so vor dich hin, okay. Die sind nicht schön aufgelistet Jakob, da gibt es irgendwie keinen richtigen, ich kann nicht sofort sehen was da. Doch ich konnte das relativ gut sehen. Die Fairy Wings wären noch besser. Genau, und was braucht man dafür? Mom? Also um Exoplasma zu bekommen, müssen wir Pflanze erraten. Fairy Wings. Soul of Light und Pixydust. Pixydust habe ich in der Truhe. Und Soul of Light? Soul of Light haben wir auch in der Truhe. Also mit F ne? Ja, ja. Hab ich in der Truhe auch. Brauchen wir 20 und 100. Und ich hab noch nicht alles von dir. Ja, kein Scheiß. Oder wir werden noch nicht haben oder? Wollen wir denn den Pixyspaß zerstören? Äh, ja und zwar geh mal zu mir hin. Womit ich hab, also hier ist in der Truhe, ist mal äh 25. Ich hab schon über 100 davon auf jeden Fall gefahren für euch. Ah. Ja. Ich, ich werf mal ganze Scheiß weg da hier. Ich werf mal ganze Scheiß weg da hier. Wahrscheinlich schon mehr. Und hier ist auch noch was drin. Ja, das da, das da. Die Pixys gibts nur im Hardmode, ne? Die sind im Hardmode. Also ich hab hier... Ja, ich weiß aber. Also ich hab schon über 100. Warte, hier. Ich brauch nur noch 50. Die Soul of Light habt ihr auch noch irgendwo in der Truhe oder bei mir? Ah. Ah. Und zwar. Ich merf mal... Werf mal Matsch weg, oder? Okay, dann guck ich mal, mach ich mal das Ding. Jo. Was ist denn das? Ein Flü... äh, bessere Flügel, glaub ich. Wie viel bessere Flügel? Äh, die Ninja-Pants, die brauchst du auch nicht, oder? Ne, brauch ich nicht. Ja, also Leute, ich komm ausrüstungsmäßig nur noch weiter, wenn wir Plan-Terror treten. Ja, bin ich auch dafür, aber dann lass halt die vielleicht geplant töten und nicht einfach spawnen lassen. Okay, ich bin... Weil ich hatte jetzt auch nicht... Ich bin... Da haben wir LoL gespielt, schön brav, ne, hier so, um mit unserem Dreierteam so richtig geil zu werden. Und wir hatten drei Spiele gemacht und drei gewonnen. Und dann... Und dann hat Andi mich ersetzt. Ja, aber... Dann haben wir zwei verloren. Davor war leider auch nur... War leider kein Gegner größer als im Horses. Ähm, weißt du was der Fail ist? Die Fähre übrigens ein schlechter. Ja, was ist der Fail? Hast du das gemacht schon? Nein, 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 noch nicht. Alles Gute Kassel. Ja, dann schaut dann nochmal. Also besser wären zum Beispiel die Leaf Wings. Ja, die kriegt man aber nicht, glaube ich. Muss mal schauen, weil man kann ein paar nämlich nur... Uh... Kriegt man nämlich, glaube ich, gar nicht. Nur durch Kaufen oder so. Weißt du, wie ich mein? Weil die musst du... Prochase from Witch Doctor, was ist das? Ja, aber die haben wir noch nicht. Okay, das ist doof. Hm. Okay. Ghostwings. Jo, ähm... Ah, was? Ectoplasma haben wir sowas? Ähm... Nein, nein. Nein, das kriegen wir erst, wenn wir Plantera besiegt haben. Also, eigentlich führt kein Weg da rum, ne? Also, und aufs Ectoplasma hebe ich die ersten Ansprüche. Wohl, weil... Ohne Triss komme ich kein Stück weiter. Mit meiner Ausrüstung. Was ist ne Bonefeather? Äh, ne Knochenfeder. Ah, danke. Ich glaube, das wolltest du nicht hören, aber... Job by Blue Armored Bones. Was immer das ist. Ähm... Ja, weiß ich auch nicht. Hm. Ich glaube, mit den Dingern kommen wir nicht weiter. Hier gibt den... Flügel... B-Wings. Wir müssen uns Plantera besiegen. Ist zwar schwer, aber ist ja nicht... Unmachbar. Ja. So... Es gibt noch alles. Hier ist besser. Ja. Ah, da steht er ja. Äh, das 2 Excalibur fehlt noch. Sonst habe ich alle wichtigen Sachen. Ne, und Flügel und so. Ja. Same here. Flügel habe ich. Und irgendwas hatte ich noch da drin. Obsidian Schädel. Ah, genau. Die Boots. Jetzt habe ich alles Wichtige. Habe ich dir die Bessern gegeben? Ne, das ist denn deine, Andi. Die anderen sind nur die... Hier, die gibt es dir trotzdem auch noch. Hä, ne. Ich habe doch... Jetzt hast du alles. Dann... Frostbark Boots waren deine, oder? Ne, die brauche ich auch nicht. Andi. Ja. Ah doch, Frostbark Boots sind meine. Gib wieder her. Sind meine, genau. Aha. Ah, hätte ich noch einen Gegenstand mehr mitnehmen können. Äh, was ist Flo? Hast du dir zufällig so ein... gelbes Egglet aus Natur genommen? Ja, und Andi hat sich das erfarmt, hat er gesagt. Ich habe ihn schon beschuldigt. Ja, ich habe gefarmt. Wann? Offscreen einmal, um die Boots zu kriegen, die schnelleren. Nee, wann hast du dir das gemacht? Das hatte ich ja vorgestern schon. Ja, eben. Ich meine, ich habe mir das extra gesucht und in die Tour gelegt. Und zwar in die erste folgende. Und das war jetzt irgendwie weg. Ja, wie gesagt, ich habe gefarmt offline. Das Egglet und dieses Ding da auf Wind. Ich habe echt nichts rausgenommen. Ja, ich glaube es dir zwar nicht, aber... Aber glauben müsst ihr halt mal, oder? Ne, ich glaube es nicht. Abgezogen hat er sich. Das Egglet ist da ganz links drin. Habe ich direkt gesehen. Also, eigentlich müssen wir dann Terakillen, oder? Tobi, kannst du jetzt irgendwelche geilen Sachen bauen? Nein. Ich brauche da so Chlorophyll-Ding. Okay, also ich wäre dafür, dass wir jetzt zum Aufwärmen die Piraten noch machen. Jo. Können wir machen, mir wurscht. Also das Beste, was man momentan machen kann, ist glaube ich das, was du hast, Jakob. Wenn ich das richtig sehe. Das Overboard? Ja. Oh, dafür braucht man ganz schön viel Chlorophyll. Das ist schon sehr gut. Tobi, hast du die grünen Boots, oder hast du andere Boots? Ich hab die grünen, soweit ich weiß. Moment. Ja. Damit läufst du schneller. Ich hab ja nochmal, ich hab ja erst die blauen. Äh, äh, ah, ah ja. Das war nicht der Pirat. Hallo, greif mich an, du Arsch. Ich hab zwar keine Heid, doch ich hab Heidränke. Ich hab dir welche hingehoben. Ich steh drin und er macht mir gar keinen Schaden. Also Tobi, mach gar nicht mit. Ja, ich bin da gewesen, ich hab einfach angefangen, die Schurke. Ich dachte, wir wollten Piraten töten. Joa, das war gar noch Nacht, hab ich gedacht, ich spawne die nochmal. Den haben wir jetzt noch nie besiegt, ne? Ne. Er ist jedes Mal Tag geworden. Jakob, wenn jetzt Tag wird... Wir haben noch ein paar davon, keine Angst. Ja, wir machen den jetzt. Nein, es geht nicht um, dass wir dann wieder alle tot sind. Stimmt, bei dem war das ja das Problem. Achso, oh ja, stimmt, ja. Aber der Mond steht halt ganz oben, oder? Boah, ich muss nur ganz kurz hier raus. Ja, ich mach ihn mal kurz. Okay, jetzt müssen wir nur noch seinen Kopf töten. Und er fliegt ganz langsam, also da haben wir massig Zeit. Einfach nur ausweichen im Kopf. Wenn er sich so dreht. Ja, das ist ja safe. Ja, das ist ja safe. Ja, also easy, oder? Ja, jetzt haben wir Soul of Schrecken und so. Soul of was? Schrecken. Oh, Hammer. Überforderns nicht. Ja, das war auch noch drinnen. Ja, das war auch noch drinnen. Ich habe jetzt alle benutzt. Ich glaube, ich habe alle benutzt. All machen die Schaden, hui. Feuer kann nicht drin stehen bleiben. Es passiert nichts. Ja, und dann gleich hier beim Plantera sterben als Erster, ne? Ja, aber die hat ja nur mich angegriffen. Oder fast nur mich. Das bringt's zu Turtleshell witzig. Er ist den unteren, er ist den unteren, er ist den unteren. Ja, geh weg. In diesem Rage-Modus macht er nämlich schade. Ich tank den anderen derweil. Ja, ja, easy, oder? Ja, was ist, ey? Diese Chlorophyt-Dinger, die sind halt echt zielsuchen. Das ist halt schon eigentlich eher lame. Ja, richtig. Das ist gerade stark geworden, der Held. Nee. Doch, ich glaube, es wird langsam hell. Könnt ein klassischer Fail werden. Hey, wir machen die jetzt noch schnell. Geht hier so? Wie greift es hier denn an? In der Regling-Tobi oder mich solltet ihr eigentlich angreifen. Jetzt nicht. Ich weiß, da bleibt gleich jeder beim Planeterra als erstes sterben. Ja, genau deswegen, Jakob. Fick dich jetzt! Ja, das machen wir da unten. Ein Auge ist down. Greift mich an und stück. Undi? Mich kann's auch angreifen. Warst du alles gut? hab ich noch voll viel live he he, diesmal hab ich's gewöhnt das war ja mal ne kurze Rackbreak waaas? Leute, ich kann mich grad nicht mehr bewegen wenn ich meine Tastatur hänge, könnt ihr mich beschützen ok, gehts hier niemals ok, kann nicht was machen? die brauchen ja eh noch ein bisschen, bis die da sind geraten, oder? ja so wenn wir dann aufgewärmt sind, dann können wir die was, von wo kommen sie? wenn wir aufgewärmt sind die East ja dann können wir zum eigentlichen Kampf gehen was braucht der Flammenwerfer von Munition? äh, der braucht eben das Gel also das, was die Dings droppen die Klipper droppen deswegen die mir echt immer geben also jetzt nicht jedes einzelne hey, apropos gescheites Fernkampf warte, du hast doch deinen den Mini Shark Cannon ja, aber dafür hatte ich grad noch keine Ding keine Kugel mehr also hier diese Kanonen hier? meinst du? ja, jetzt kann ich dir aber der Sharkmacht hat nochmal deutlich weniger Schaden ja, wollt ihr in die Mitte kommen? wollt ihr in die Mitte kommen? ja, wollt ihr in die Mitte kommen? ja, wollt ihr herrennen ich will hier mal ein bisschen rumschießen Piraten kommen ja, ihr wollt ja gar nichts mehr machen hier ja, ich will einfach jemand mit dieser Kale rote ich will einfach jemand mit dieser Kale rote ich will einfach jemand mit dieser Kale rote mach dir mal Tote rote bitte ok, komm scheiß drauf der Torhültis bringt ja die Rüstung von uns so mit Achtung, Pirat, äh Kapitän bei dir Andy Boah vorbeigeklickt echt da kommt dieser Flamme einfach so krank, ey komm wieder mehr in die Mitte, komm wieder mehr in die Mitte der ist abartig verrückt krank, ja abartig verrückt krank, ja genau komm wieder mehr in die Mitte ok komm wieder da kommt, äh Kapitano kommt ja wo kostet das eigentlich überhaupt noch Mana? ja, wie viel deswegen hätt ich ja gern die neue Würfe und vor allem brauch ich Ectoplasma für die Rüstung, die andere, die Magier Rüstung geraten Kapitänium komm mal ganz kurz raus und ich beschütze dich wo ich beschütze dich wo bei so wenigen brauchst du noch keinen Schritt machen bei so wenigen brauchst du noch keinen Schritt machen und es ist immer noch Weihnachten übrigens ja ja achso ja weil der Flo irgendwas äh wollte ja ich dachte dieses Naughty Present krieg ich mal durch andere Geschenke aber das stimmt gar nicht wenn du musst es craften dann ist einfach nur zum Spaß Weihnachten genau Weihnachten ist schön sammeln wir einfach noch weiter Geschenke ich mach die Geschenke auch gar nicht mehr auf das stimmt es ist das stimmt nicht nicht es ist